so weiter geht's mit na geil das hat sich auch voll gelohnt ich hab den typ aber mal nicht mehr gesehen scheiße ja da geht's ja natürlich voll in die einen geweide der auch das Problem ist jetzt da kommt der Panzer dann kommt der Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Oh my Nein Ich krieg den Hat der tatsächlich noch gelebt? Ich dachte, er wäre tot gewesen Oh man, leck mich doch Funker Kill Offizier Kill Jetzt war man down Und dann Das war's für heute. So, jetzt ist der Panzer, ne? Sonst ist nichts mehr zu finden. Oh, das war's für heute. Ja, ist klar, Alter. Ah, ey, es ist zum Kotzen. Ah, soll ich noch mal leuchten? Ah, gut. So, ist der Wagen zerstört? So, ist der Wagen zerstört? So, ist der Wagen zerstört? Ah, so funktioniert das ganze Ding. Der Panzer ist zerstört. Und das ist das Wichtigste. So, haben wir jetzt alle Feinde down oder was? Oder wie sieht das jetzt aus? So, ist der Wagen zerstört? So, ist der Wagen zerstört? So, ist der Wagen zerstört? So, das muss ich jetzt zerstört? Das ist das Wortlager der Nazis zerstört. So, ist der Wagen zerstört? So, ist der Wagen zerstört? Und jetzt geht es wohl weiter. Also es sind ja noch ein paar Sachen. Ziele hier offen, sehe ich gerade, ne? Speicher zerstören und so. Also es sind noch ein paar Sachen, die wir zu erledigen haben. Ich finde es, muss ich zerstöre jetzt. Das machen wir auch als nächstes. Soll mir persönlich recht sein, dass hier eben gerade schön alle auf mich zugerannt sind. Dass ich mich die nach und nachholen konnte. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Gegner mehr haben. Aber ich vermute, dass wir hier auf jeden Fall noch ein paar Gegner haben werden. Was mir persönlich recht wäre, wenn es nämlich keine mehr geben würde. Weil dann konnte ich mich in Ruhe jetzt ein bisschen umgucken und den Scheiß auszählen. Weiten. Na, das sage ich doch. Es sind noch ein paar Gegner. In den Fall der Riquel. Weavers Informant hat er recht. Das muss das Hauptmunitionslager sein. Ich kümmere mich dort, Zeit zu verschwinden. Einmal kurz das Hauptmunitionslager zerlegt. Ich denke, es war zu blöd. Es war zu viel. Komm hoch. Jetzt habe ich dich. Tut mir leid, Kollege. Aber du machst mal so schnell überhaupt nichts. Kapert. Ich bin ein paar Jahre alt. Hedgehog. Kuckuck. Jetzt habe ich dich. Ich bin ein paar Jahre alt. Der hat natürlich bitter, das Bittere, der hat keine Waffen, keine Munition gehabt. Okay, und können wir da schon mal nicht mehr umgucken. Das wird nicht blöd. Hey Gott! Hatschott Ich bin falls ein erwischt. Ich weiß nicht, ob es beide geht. Da geht der da, der Kriege. Wenn ihr durchgeht, geht ihr vielleicht auf den zweiten auch noch durch. Da war kaputt machen. So, dann gehen wir mal wieder runter. Es war gut jetzt hier. Glück gehabt. Hoch. Glück gehabt. Noch einer. Sonst nichts. Das gerade kommt. So. Gebot. Sie wissen natürlich, dass ich hier stehe. Klar. Ja. Ja. Ich verpiss dich. Ich verstehe leider jetzt schon. So. Jetzt ist es mal gut. Schmerzt dir! Komm ω hin. Sie liquidat пот Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020